Zwei von der Sordi Oh, können wir ja abhielfisch schaffen So Hier hin Straße So Was brauche ich denn hier? Zwei Werkzeuge Mach mal hin hier Da muss ich wieder mal konkret aus Plus drücken So Ich mach ein Plus von 8 Besser als 0 Plus, ne? So Wie sieht's denn aus mit euch? So, Baumschule Ein Sägewerk Achso, ich werd zwei Sägewerke gebraucht Scheiße Dann pflanze ich hier halt noch eins hin Spiel gespeichert Ja, danke So, komm Zwei Werkzeuge Was wird doch Komm So Perfekt Irgendwie regt mich grad die rote Zahl hier oben auf Dass ich hier gar nichts seh So Aber ist Wurst Das wird schon Das wird schon Es kommt alles ins Laufen Und Hier haben wir auch neue Gebäude Hafenmauer Ja Brauche ich jetzt nicht unbedingt Steigen denn meine Leutchen munter auf Ja 155 Leute haben wir schon Wenn wir die 360 erreicht haben Dann hauen wir denen mal einen fetten Baustopp rein Respekt Durch dich fühlen wir hier ein richtig gutes Leben Ja, dann ist er gut Dann kannst du ja mehr Geld abdrücken Danke Dann mach ich hier auch mal Plus So Was bräuchte ich denn für Sushi Kann ich noch gar nicht produzieren Kann ich nicht mal draufdrucken und gucken Ne Ein Reparaturdock Was Eine Hafenbehörde Äh Möglich Möglich Warenaustausch mit Schiffen Aha Gut zu wissen So 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 Hier Laufen wir auch schon langsam mal auf 100% 95 100 Perfekt Haben wir hier irgendwas wertvolles noch auf der Insel Ah Drei Vorkommen Was haben wir hier alles auf der Insel Bodenschätze Bodenschätze Drei Äh Basalt Ölvorkommen Hammer Goldvorkommen Sieben Minenplätze Kohlevorkommen Eisenvorkommen Kalksteinvorkommen Kupfervorkommen Aber leider kein Uranvorkommen Ja Hilft ja nicht T läuft hier super Vielleicht ist das Leben hier nicht perfekt Aber wir sind nahe dran Dann ist gut Dann ist gut Dann werdet mal schneller hier Ding und so Aufstiegstechnisch So So Ich brauche Echo Angestellte Ah Haben wir jetzt schon 180 Stück Aber so wie es aussieht wollen die gar nicht mehr aufsteigen Vielleicht ist das Leben hier nicht perfekt Aber wir sind nahe dran Vielleicht hilft es Na geht doch um So Ja Wie sieht es denn aus Ich habe nur für 255 Platz Da muss ich hier mal noch ein paar Häuser upgraden So Du noch Eins machen wir noch Und wie sieht es jetzt aus 230 Ist das nicht herrlich hier? Hahaha Das Leben kann so schön sein Brauchen wir noch Ein paar Wohnungen So aber jetzt dürfte es reichen Genau Genau Für 360 Genauso viel wie wir benötigen Komm Mehr muss ja fürs Erste nicht Und ich reiße ich mal ab Da bringt es mir grad gar nichts So 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 Und wie viel brauche ich noch? Noch ein paar So drücke ich hier mal ein bisschen aufs Plus Dass es hier vorwärts geht Vier Häuser wollen hoch Ich weiß Komm Aber das ist mir gerade egal Ich brauche die Kohle anderweitig Na komm Zwei noch Einen noch Yes Komm Erweiterung der Operationsbasis abgeschlossen Konstruktion von Wetterkontrollstationen jetzt möglich Dann baue ich auch die gleich mal So die kommt Hier hin Und Was muss ich jetzt machen? Ah Fresh Air machen Was ist denn hier kaputt? Wieso Wieso Geht hier nichts mehr voran? Ist in etwa das Lager voll? Nö Produzieren die nicht richtig? Ja so ist es Da muss ich glaube ich hier noch Ein schönes Depot hinstellen Ein Depot Dann mache ich noch eine Straße auf So Hier ran Und So rüber So dann dürfte hier mal Was vorangehen Wo kann ich denn meine Ökobilanz sehen? Ökobilanz Hm Ich will meine Ökobilanz sehen Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ah ich bin so Ach hier Hier oben steht es 155 habe ich Minus Ich glaube ich muss noch so ein Teil aufstellen Dass auch die Ökobilanz wirklich gut wird So Und hier hinten kommt natürlich auch noch so ein Teil Nicht hin Sie sinkt Sie sinkt Das ist super Die Idioten überschneiden sich mal wieder Durch das Jetzt Sind sie nicht mehr ganz so produktiv Hm Jetzt baue ich mich Mal hier rüber mal So So Mach ich Was fehlt denn? Ich brauche zwei Holz Na kommt Jungs Es gibt es doch nicht Jetzt habe ich die zwei Das zweite Holz Das ist ja Wunderprächtig Sagt Hh Hmm Hh Hier irgendwie muss ich noch Viel mehr von den Dingern bauen Das ist ja voll doof. Das kostet ja nur unnötig Rohstoffe und kostet mich einen Haufen Geld, ne? Da muss ich wohl. Da muss ich wohl. So. So. Ökobilanz verbessern. Was tut man nicht alles für die liebe Ökobilanz? Scheiß Holz. Na komm, schneller. Na komm, noch ein Holz. Gibt's doch nicht. Jetzt komm. Da muss ich wohl noch hübsch warten. Bis ich die wirklich alle bauen kann. So. Was könnte ich denn noch machen? Ich könnte ihnen noch die Ding geben. Oh, scheiße. Ich hab hier schon wieder Geldmangel. muss ich noch ein paar Wohnungen platzieren. Hier an die Straße womöglich. hier noch hin, hier noch hin, hier noch und hier noch. Wir haben das Beste aus unserer Situation gemacht. Dank dir. Dann könnt ihr mal die Kohle auch noch aufwärts gehen. Joa. Die Ökobilanz wird besser, aber... immer noch nicht zufriedenstellend. Immer noch nicht zufriedenstellend. Das ist doof. So, dann noch so ein Dingsi. Jetzt geht mir bald der Strom aus. Vor allem das scheiß Holz regt mich mittlerweile auf. Jetzt komm schon. Jetzt komm schon. Bis zum nächsten Mal.